Du hast dich schon immer gefragt, was der Hashtag BeYourselfAndChangeTheWorld auf meinem Profil zu bedeuten hat. Mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Daniel und in diesem Video geht es um meinen Hashtag BeYourselfAndChangeTheWorld. Was hat das Ganze zu bedeuten? Und da möchte ich dich mal mitnehmen auf eine kleine Reise in meine Vergangenheit, was mir alles widerfahren ist und warum ich irgendwann zu mir selbst gefunden habe und dann eben im Leben auch was aufbauen konnte. Ja, aber es hat lange gedauert, bis ich, also dieser Prozess war sehr, sehr langwierig und fing damals in der Schule schon an. Ich war echt immer so ein kreativer Typ irgendwo. Du musst wissen, ich habe vier Geschwister. Ich bin der Fünfte in der Reihe und habe ganz viele von meinen Brüdern mitnehmen dürfen. Da bin ich ihnen auch echt heute noch dankbar. Der eine Bruder von mir, der ist unglaublich musikalisch. Der spielt wie ein Professor Klavier. Also der ist wirklich richtig gut am Klavier. Der andere ist Meisterkoch. Wiederum, der andere arbeitet auf dem Bau, ist da sehr gut in dem, was er macht. Und ich habe irgendwie von allen Brüdern sowas mitbekommen. Sprich, erstens hatte ich immer so die Orientierung nach, die Orientierung zu irgendwo Älteren. Weil ich bin der Jüngste im Boot. Ich kam, der erste Bruder nach mir ist sechs Jahre älter. Meine Schwester ist die älteste im Bunde, die ist schon über 50. Und ich durfte halt viel von diesen Menschen lernen. Und da bin ich heute wirklich noch sehr, sehr dankbar für. Was ich damit sagen will, diese ganzen unterschiedlichen Charaktere haben mich natürlich auch geprägt und geformt. Und ich war früher wirklich, oder bin es heute noch, einfach sehr, sehr kreativ. Ich wollte in der Schule zum Beispiel, mein Wunschberuf war Schuhdesigner. Also ich habe da mit einem Freund auch zusammen, wir haben so Modelle gemacht und haben Schuhen unten die Sohle rausgeschnitten und haben da so einen Ballon reingemacht irgendwie und wollten, damals waren die Reebok Pump total in. Und wir haben dann so einen Schlauch da durchgemacht mit so einem, ich weiß nicht mehr wie wir das gemacht haben, aber irgendwie hat das Ding glaube ich sogar aufgepumpt. Ich weiß nicht mehr genau, aber das war so kreatives Arbeiten und Ideen entwickeln. Das war eine ganz große Sache und das hat sich wirklich durchgezogen bis heutzutage. Das, was ich jetzt mache, ist ja auch unheimlich kreativ. T-Shirts entwerfen und erstellen lassen und verkaufen. Dann hier Videos machen, YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Coaching-Kurse aufnehmen, das alles ist irgendwo eine kreative Arbeit. Und mir ist erst spät klar geworden, wie meine Vergangenheit eben dazu beigetragen hat, dass ich das heute mache, was ich mache. Und das ist auch ein ganz großes Learning gewesen und das wünsche ich mir auch für dich. Wenn du hier zuhörst und noch nicht so recht zu dir selbst gefunden hast, schau mal, was war in der Vergangenheit. Okay, wenn du natürlich eine miese Vergangenheit hattest, ich hatte wirklich das Glück und den Segen, eine sehr, sehr tolle Familie zu haben und da bin ich ganz, ganz gut und behütet aufgewachsen, da ist alles super gelaufen. Aber das hat ja auch nicht jeder. Dann sei dir aber auch gesagt, dass du eben diese Sache auch hinter dir lassen kannst und auch dein Leben wiederum ändern kannst und neue Richtungen einschlagen kannst. Aber wenn du irgendwo zu dir selbst finden willst, musst du trotzdem das alles akzeptieren und schauen, dass dich das auch zu dem gemacht hat, der du jetzt bist. Aber du kannst dich natürlich auch verändern und kannst in neue Richtungen gehen. Und wie gesagt, ich hatte halt eben oft diese kreativen Sachen und bin dafür in der Schule tatsächlich auch ausgelacht worden. Wo ich das gesagt, wo ich diesen Wunsch geäußert hatte, ich will Schuhdesigner werden, da haben mich alle Leute ausgelacht, weil die sich das nicht vorstellen konnten. Ja, die haben alle halt so normale Berufe, Verkäufer oder Aura oder whatever. Ja, aber irgendwas Kreatives fehlte denen anscheinend die Vorstellungskraft. Und das hat mich wiederum, damals hatte ich wenig Selbstbewusstsein, ich war oft auch ein bisschen der Außenseiter in der Klasse, einfach weil ich irgendwie einen Ticken anders war, kreativ war und auch natürlich oft am Rechner auch gespielt habe und dort schon Musik, damals habe ich schon in 94, 95 habe ich sogar schon angefangen und früher noch auf dem C64 so ein bisschen zu programmieren, aber ganz minimal halt, habe das nie wirklich beherrscht. Habe auch Grafiken mal gemacht und auch Musik. Ich weiß gar nicht, aber zum ersten Mal habe ich am C64 angefangen Musik zu machen und das waren so Hobbys, die waren so nicht alltäglich, die hatten meine Klassenkameraden nicht und die haben mich irgendwo ein Stück weit zum Außenseiter gemacht. Was aber heutzutage, ist mir das egal, ich bin froh, dass ich so früh angefangen habe, mich mit der Musik zu beschäftigen, weil es einfach mega viel Spaß macht, etwas zu kreieren und vor allem auch, habe ich eine Zeit gehabt vor ein paar Jahren, wo ich auch Live-Auftritte hatte und vor teilweise 100 bis 200 Menschen einfach auch Live-Musik gemacht habe. Das war natürlich eine richtig geile Zeit und das hätte ich aber alles nicht gemacht, wenn ich nicht schon so früh diese Wege eben gegangen wäre, obwohl ich damals vielleicht belächelt wurde und mir keiner irgendwas zugetraut hat oder ich halt einfach andere Sachen gemacht habe wie andere. Ja, alle sind ins Tischtennistraining gegangen, ich habe aber Skateboard, meine Leidenschaft war Skateboard fahren. Und so kam dann eins auch zum anderen, weshalb ich auch heute eben das mache, was ich jetzt mache. Und viele von denen, die damals irgendwo dumme Kommentare geäußert haben, die sind heute dann wiederum neidisch, weil ich einfach auch jetzt eine coole Tätigkeit habe. Ich kann im Internet arbeiten, ich habe mir Fähigkeiten angeeignet, mit denen ich Geld verdienen kann, die mich auch unabhängiger von einem Arbeitgeber zum Beispiel auch machen. Ich bin ja jetzt mein Arbeitgeber sozusagen und habe mir jetzt Fähigkeiten wie Verkaufen angeeignet, wie Produktdesign, wie Markenbildung, Videoschnitt, Musikschnitt oder auch jetzt mittlerweile habe ich sogar ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, wo es liegt. Es kam jetzt die vorletzte Woche auch raus, gibt es jetzt auf Amazon, das war auch immer noch so ein großer Punkt, den ich mal abhaken wollte auf meiner Liste. Und das ist Wahnsinn. Also das hatte ich vor, ich weiß nicht mehr, vor acht Jahren oder so, hatte ich mal so einen Wunschtraum gehabt, ein Buch zu schreiben und jetzt ist es tatsächlich Realität geworden durch Kontakte, die ich mir aufgebaut habe. Also Hammer, ja. Und das alles eben nur, weil ich irgendwann zu mir selbst gefunden habe und bereit war, dafür zu stehen, etwas zu tun, was andere vielleicht nicht machen, dafür auch noch belächelt zu werden, aber dann dadurch auch ein Stück weit die Welt verändern konnte. Ja, heute habe ich 1200 Kunden in meinem Coaching-Team-Money. Ist doch Wahnsinn. Ja, und wie viele von denen Kunden sind mir so dankbar dafür, dass sie durch mich das erste Mal im Internet Geld verdient haben. Ich meine, wie cool ist das? Jetzt habe ich neulich, hier auf Amazon hat mir eine Frau eine Rezension am Start gelassen, die ist über 60, über 60 und hat ihr erstes Geld eben mit den T-Shirts verdient, war wirklich willens und bereit genug, das zu lernen, hat einen Topseller gehabt mit über 400 Verkäufen und ganz viele, ganz viele kleine Kampagnen noch mit vielen Verkäufen und da habe ich gedacht, wie cool ist das denn, dass jemand über 60 noch den Willen hat, sich da reinzuarbeiten, obwohl er vorher keine Ahnung davon hatte und dann eben damit auch noch Geld verdient. Das ist doch mega. Und so Storys gibt es wirklich zig, hunderte von T-Money Kunden und das weiß ich nicht, das begeistert mich einfach total. Und da möchte ich dir auch Mut machen, wirklich den Schritt zu gehen, zu dir selbst zu stehen und wirklich Dinge zu tun, wo du von anderen echt belächelt wirst. Ja, wo andere sagen, ach, das schaffst du nicht, das hat doch keinen Wert, hör doch auf damit. Ey, mach es, mach es trotzdem. Zieh dein Ding durch und stehe zu dem, wie du bist, auch wenn du vielleicht ein bisschen anders bist. Ich war es auch und bin es immer noch. Ja, und trotzdem habe ich Erfolg in dem, was ich tue und ich kann auch Leben verändern. Ich kann ein Stück weit meine Welt verändern. Und das ist doch schön, das ist doch toll, wenn wir irgendwann mal wirklich auch was zurücklassen können und andere Leben bereichert haben, andere Menschen bereichert haben. Und wenn wir was auch weitergeben können von unserem Glaube, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Ja, und genau, das wollte ich dir einfach mal mitgeben. Das steckt hinter dem Hashtag Be Yourself and Change the World. Das ist eigentlich für einen Hashtag ein recht langes Ding, aber ich fand das einfach irgendwie so passend und treffend. Deswegen habe ich das gewählt und du findest über diesen Hashtag eben Content von mir natürlich, über Instagram und so weiter. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du wieder hier einschaltest. Jede Woche gibt es wieder ein Video von mir auf meinem YouTube-Kanal und ich freue mich darauf, dir in Zukunft mehr Stuff bieten zu können. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn du eine Frage hast oder einen Kommentar, hau es einfach unten rein. Zu meinem Coaching T-Money kommst du unter dem Video auf den Link. Ich biete natürlich auch Personal Coaching an. Auch da werde ich noch einen Link rein posten. Und ansonsten sehen wir uns hier bestimmt wieder, wenn du ein Abo am Start lässt. Ich freue mich drauf. Bis dahin, dein Daniel. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.